Hallo und herzlich Willkommen zu Kranisolar Webinar. Mein Name ist Katharina Wolf und ich habe heute den Kai Lange von Kostal hier zu Gast. Hallo Katharina, ich grüße Sie. Sehr schön. Was hast du denn für ein Thema mit? Ja, ich habe heute einige Folien zum Plentycore G3, dem neuen, und wie wir den Ganze in Betrieb nehmen. Also wir haben ja das Handling mit dem Plentycore und das werden wir uns auch mal anschauen. Ich glaube, da sind einige spannende Folien. Da freue ich mich schon drauf. Genau, jetzt hier noch ein paar allgemeine Infos für alle Teilen. Zum einen, die Unterlagen stehen zum Download bereit. Einfach rechts auf den roten Pfeil klicken, das Bedienpanel öffnen, runter zu dem Reiter Unterlagen und da die PDF runterladen. Wir schicken sie im Nachgang nicht zu, also bitte darauf achten. Ich werde am Ende nochmal darauf hinweisen. Genau, was Fragen angeht, gerne die Fragen stellen im Fragenfenster oder in den Chat. Dann werden wir sie im Nachgang beantworten. Genau, während der Präsentation beantworten wir keine Fragen, sondern erst im Hintergang. Dann würde ich sagen, übergebe ich das Wort an dich, Kai, und wünsche allen viel Spaß. Ja, vielen Dank. Ja, herzlich willkommen von meiner Seite. Wie gesagt, mein Name ist Kai Lange. Ich bin jetzt seit gut vier Jahren für die Firma Kostal tätig und mache unter anderem auch solche Webinare hier. Ich habe heute einiges im Petto, das heißt Konzentration heute auf die Folien. Fragen, wie gesagt, machen wir im Nachgang. Aber es wird... Ich würde meine Kamera für die Dauer des Vortrags mal ausstellen, kommen dann zum Schluss wieder rein. Dann haben wir, was das Thema Video und Datenübertragung ist, vielleicht nicht allzu viel Traffic. So, ja, starten wir direkt hier mit unserer Startseite. Wir sehen hier das Werk in Hagen, Nordrhein-Westfalen. sozusagen auch direkt die Geburtsstätte unserer Plentycore. Egal, ob jetzt G1, G2 oder die neue G3 wird hier eben in Deutschland, Nordrhein-Westfalen produziert. Das ist auch im Prinzip schon das Stichwort. Wir sind als Kostal ein Familienunternehmen aktuell in der vierten Generation mit 112 Jahren Firmenhistorie. Wir produzieren in Deutschland vornehmlich für den europäischen Markt. Das heißt, wir sind im Bereich der Solarwechselrichter nicht global unterwegs, sondern konzentrieren uns hier auf die heimischen Märkte. Aktuell mit über 200.000 Hybrid-Installationen bereits im Feld. Und ja, Kostal ist eigentlich seitdem wir, ja seit 2006 mit Solarwechselrichtern auf dem Markt sind, bekannt als Innovator. Wir waren einer der ersten, die überhaupt das Thema Hybrid-Wechselrichter gespielt haben mit dem Pico BA und haben mit dem Thema Aktivierungscode eine Möglichkeit geschaffen, digitale Produkterweiterungen mit dem Gerät vorzunehmen. Was das für Vorteile mit sich bringt, schauen wir uns natürlich nachher nochmal an, denn ich glaube, der Plentico ist das am flexibelsten einzusetzende Gerät. Ja, wir sind Teil einer Gruppe, auch zum Beispiel durch die Automobilelektrik insbesondere natürlich groß geworden. Hier heute schon mit über drei Millionen Onboard-Chargern, also das Teil, was zum Beispiel dem Elektroauto oder im Plug-in-Hybriden dafür zuständig ist, dass die Hochvolt-Batterie, Fahrzeugbatterie, dann auch geladen werden kann. Will aber nicht zu viel über Firmenvorstellungen hier verlieren, gucken wir uns direkt mal hier gerade unser schlankes Portfolio an. Wir haben mit sehr wenigen Geräten ein sehr breites und großes Anwendungsgebiet. Das heißt, wir fangen links hier mit dem Pico MP Plus im dreiphasigen, im einphasigen Bereich an und runden das Portfolio aktuell bis zum Pico CI 100 nach oben hin ab. Ja, konzentrieren uns aber heute vornehmlich hier auf den Plentico in der dritten Generation. Bevor wir allerdings auf das Produkt direkt eingehen, ein paar Worte zu unserem neuen Kostteil Solar Terminal. Denn das Solar Terminal ist die zentrale Einstiegsplattform in die digitale Kostteilwelt. Man sieht das hier kurz angedeutet, funktioniert sowohl auf der Desktop-Ansicht als auch in der mobilen Ansicht. Hier benötigt man also einen Zugang und hat dann eben der Möglichkeit, mit dem mit einem Mal sich anzumelden, Zugriff auf alle Kostteilanwendungen zu bekommen. Das ist zum einen natürlich sehr Zeitersparnis und anwenderfreundlich. Es erleichtert aber auch das mobile Arbeiten von überall, denn man hat immer auch über das mobile Endgerät Zugriff auf die Inhalte. Inhalte sind in erster Linie, dass wir von dem Solar Terminal eine zentrale Absprungplattform haben, um zum Beispiel auf das Solarportal zuzugreifen, auf unseren Webshop, auf das neue Solarplan, dann in der Webvariante, welches in circa vier Wochen veröffentlicht wird. Dann haben wir die Smart Warranty Aktivierung hier möglich und noch ein paar Sachen wie Insidersuche oder den Repower-Check. Der Repower-Check ist zum Beispiel da, wenn man an Bestandsanlagen kommt, hat dort einen Wechselrichter, vielleicht gibt es diese Firma auch schon gar nicht mehr, dann kann man die dort auswählen und bekommt dort den richtigen oder passenden Kostteilwechselrichter für diese Anlage angezeigt. Eine Folie möchte ich gerne noch zeigen zu dem neuen Kostteil-Solarplan. Wir haben ja hier eine Auslegungssoftware, die aktuell noch auf einem Rechner installiert werden muss. Mit dem neuen Solarplan besteht dann die Möglichkeit, das Ganze webbasiert zu nutzen. Das heißt, wir können es dann auch auf dem Tablet, auf dem mobilen Endgerät genauso nutzen wie auf der Desktop-Ansicht, bekommt ein frischeres Design und hat dann nochmal ein paar Goodies on top. Ich denke, das war auch notwendig, dass wir dieses Tool mal modernisieren. Genau, das wird, wie gesagt, in den nächsten vier Wochen veröffentlicht. Dazu dann aber nochmal in einer gesonderten Veranstaltung mehr. Jetzt haben wir, welche Vorteile bietet denn jetzt das Solar-Terminal? Zum einen haben wir die Möglichkeit, die ganzen Geschäfts- und Verwaltungsprozesse selber abzuwickeln, das Ganze eben mit ganz wenigen Klicks auch übersichtlich darzustellen. Wir können unsere eigenen Profile verwalten, das heißt, die Daten korrigieren, angleichen, ändern und wir haben eine volle Transparenz und Kontrolle, zum Beispiel nachher dann auch in der Nutzung der sogenannten Plenty-Coins. Die gucken wir uns natürlich gleich an. Wirklich interessant ist das Thema Rechte- und Rollenkonzept, denn wir haben mit dem Solar-Terminal eine Plattform geschaffen, die auch für größere Firmen dann sehr gut nutzbar ist und das ist jetzt nicht super kompliziert. Wir haben allerdings ein paar Rollen, die unterschiedlichste Berechtigungsstufen haben. Wenn wir uns jetzt hier anschauen, wir haben natürlich den Anlagenbetreiber, der auch über das Solar-Terminal, insbesondere in SRW, natürlich nachher ins Solar-Portal geroutet wird. Aber jetzt für den Installateur gibt es eben die Möglichkeit, hier einmal eine Administrationsrolle einzunehmen. Dann haben wir das Thema Einkauf, insbesondere hier, was das Thema Plenty-Coins angeht und die Rolle Montage. Und die Montagerolle ist natürlich insofern wichtig, denn hier versteckt sich dann auch der entsprechende individuelle Service-Code für den Monteur und den brauche ich natürlich, um auf die Service-Ebene der Wechselrichter zum Beispiel auch mich anmelden zu können. Wenn wir, ups, jetzt will hier meine Cursor-Maus nicht mehr, wo bin ich? Ach, jetzt geht's weg. So, auf die Montage-Rolle. Hier insbesondere natürlich interessant auch, dass wir auf das Solar-Portal, wir haben auf das Solar-Plan dann Zugriff und können Plenty-Coins einbuchen und einlösen. Für den Service-Code. Früher war es so, dass man ein Formular bei uns ausgefüllt hat, uns das dann extra geschickt hat. Das fällt weg, denn mit der Rolle Montage habe ich dann eben diesen Service-Code automatisch direkt zugewiesen. Wer noch keinen Terminalzugang hat als Installateur, dann geht es natürlich so, dass man auf die Seite terminalcostal-solar-electric.com geht, kann sich dort dann den Firmenzugang einlegen, ganz einfach auf noch kein Benutzerkonto klicken. Dann kann man sich hier auswählen, dass man ein Geschäftskunde ist, also sprich Installateur oder auch eben Fachhändler. Und dort gibt es dann einen kleinen Hinweistext, den man beachten sollte. Wird eigentlich nur kurz abgefragt. Bitte prüfen, ob es für diese Firma nicht bereits ein Konto gibt. Falls ja, bitte an den Administrator wenden. Ansonsten kann man dann eben hier weitermachen und einen zentralen Ansprechpartner, das ist dann der Administrator für dieses Firmenkonto, einmal anlegen. Wenn dieser dann angelegt ist, hat er die Möglichkeit, weitere Firmenzugänge einzuladen oder sich eben auch selbst diese Rollen zuzuweisen. Das heißt, wenn ich natürlich als Alleiniger, als One-Man-Show unterwegs bin, habe ich hier auch die Möglichkeit, mir die ganzen Rollen additiv zu vergeben. Das Ganze passiert dann unter dem Punkt Verwaltung. Da klickt man auf Benutzerkonten und auf Benutzerkonto entweder hinzufügen. Ja, und kann dann hier entsprechend den Mitarbeiter einladen und die entsprechenden Rollen wählen. Hier jetzt hat er bekommen Montage, Planung und Einkauf. Das heißt, wir können diese Rollen auch, wie gesagt, additiv vergeben und müssen jetzt nicht ein Entweder-Oder auswählen. Ansonsten, alternativ kann man dann in der Übersicht sehen, wenn man hier auf das Stiftsymbol klickt, kann man sich dann selber die entsprechenden Rollen auch noch zuweisen, wenn man in der Administrator-Berechtigungsstufe ist. Das war es dann eigentlich auch schon und dann habe ich die Möglichkeit, unter Verwaltung auf mein Profil zu klicken und dort ist dann auch mein Service-Code hinterlegt. Den kann man sich dann auch anzeigen lassen. Den muss ich einmalig eigentlich mir dann auch merken. Der gilt auch für die einzelne Person. So, wenn, das will hier irgendwie nicht so, wie ich das möchte. Wir haben natürlich nochmal die Möglichkeiten, diese Terminal-Infos hier nachzulesen. Wir werden ja auch diese Unterlagen hier, stehen ja zum Download bereit. Dort kann man sich das Ganze nochmal anschauen. Ansonsten auch bei uns auf der Homepage natürlich zu finden, wie das Ganze jetzt mit dem Terminal funktioniert, mit dem Rechte- und Rollenkonzept. Es klingt vielleicht erstmal kompliziert, es ist aber wirklich sehr simpel. Ja, und wenn wir diesen Zugang haben, dann haben wir den eben schon vielfach angesprochenen Plenty-Coin. Der Plenty-Coin ist unser Coin für alle Fälle, denn wir haben hier die Möglichkeit geschaffen, mit dem Plenty-Coin zukünftig die digitalen Produkterweiterungen zu erwerben. Ein paar Hinweise für die Nutzung des Plenty-Coins oder Voraussetzung ist, dass man ein gewerbliches Firmenkonto im Zoller-Terminal hat, dass dieses Nutzerkonto eben auch für den Erwerb von Plenty-Coins berechtigt ist, also entsprechend dann auch die Rolle Einkauf vorhanden ist und, wichtig, die Plenty-Coins sind nicht einlösbar natürlich für Privatanwender. Das ist Hoheit des Installateurs, der die entsprechenden Produkterweiterungen dann auch vornehmen kann, denn zum Beispiel im Falle einer Batterieaktivierung muss ja dann auch im Nachgang der Netzbetreiber informiert werden und diesen Anmeldevorgang dann eben auch durchzuführen. So, den Plenty-Coin, wie kann man ihn jetzt beziehen? Wir haben drei Möglichkeiten. Es gibt ihn als Karte, es gibt ihn auch in einer digitalen Version und die Möglichkeit, sich den Plenty-Coin auch im Sofortkauf direkt im Webshop zu beziehen. Was machen wir denn jetzt eigentlich damit? Naja, die Aktivierungscodes, die man dann in das Gerät eingeben kann, um diese digitalen Produkterweiterungen zu aktivieren, können über diesen Plenty-Coin bezogen werden. Wir haben da zum Beispiel das Leistungsupgrade für die Plenty-Coin G3-Serie. Das gucken wir uns natürlich nachher nochmal ein bisschen genauer an. Dann haben wir das Thema Komfortfunktion. Das heißt, wir können aus einer reinen Basis-Wallbox 11 kW ja auch eine intelligente Wallbox machen, die dann auch über das Thema solare Ladefunktionen zum Beispiel verfügen. Das Ganze, wer das möchte, kann das eben entsprechend über diese Komfortfunktion aktivieren. Ja, und dann besteht die Möglichkeit, den Plenty-Coin auch mit einer Batteriefunktion zu aktivieren. Das heißt, wir machen aus einem reinen Solarwechselrichter einen Hybridwechselrichter. Das sind dann drei dieser Plenty-Coins. Die Karte als Hinweis gibt es in drei verschiedenen Ländervarianten. Das hat in erster Linie steuerrechtliche Gründe. Wer seinen Sitz in Deutschland hat, der benötigt natürlich auch nur die deutsche Karte. Ansonsten zum Beispiel die Instalteure, die uns dann zugeschaltet sind, zum Beispiel aus Österreich, die nehmen die EU-Variante. Und aus der Schweiz haben wir noch eine Non-EU-Variante. Genau. Die Karten werden so in einer Art Schuhkarton von uns an die Großhändler ausgeliefert. Die haben aber auch die Möglichkeit, dann einzelne Karten dann dort herauszunehmen. Hinter dieser Karte versteckt sich dann dieser QR-Code. Und dieser QR-Code kann dann ganz einfach mittels der Solar-App eingescannt werden und somit die Plenty-Coins dem Firmenkonto auch hinzugefügt werden. In einer digitalen Variante wird es den Plenty-Coins zukünftig auch geben. Auch hier ist der Bezug über den Großhandel. Dort dann allerdings mindestens zehn Stück, die dann entsprechend zugebucht werden. Hier habe ich mal zur weiteren Erklärung ganz kurz mal den Prozess aufgezeigt. Das heißt, der Installateur ist in der Lage, beim Großhandel Plenty-Coins zu bestellen, unter Angabe seiner Kostenkundennummer und eben diesem E-Mail mit dem Nutzerkonto, mit dieser Berechtigungsstufe für den Einkauf. Dort wird dann die entsprechende Bestellung an uns weitergegeben und dann wie eine Art Streckengeschäft wird das Ganze von uns auf das Webshop-Konto des Installateurs zugebucht und er bekommt dann eine entsprechende Info per E-Mail, dass eine Zubuchung stattgefunden hat. Das Ganze kann natürlich je nach Arbeitstagen ein, zwei Tage dauern, aber dann ist es eben vollautomatisch eingebucht. Das heißt, insbesondere für unsere Kunden, die häufiger Kostzeitprodukte einsetzen, ist das die komfortable Möglichkeit, sich das Ganze automatisch auch zubuchen zu lassen. Wenn jetzt allerdings freitagsabends oder vielleicht auch samtags eine Installation noch zu Ende gebracht werden soll, und man versäumt hat, ausreichend Plentycoins vorzusorgen, besteht auch die Möglichkeit, das Ganze in unserem Webshop direkt zu holen, dann allerdings gegen eine kleine Express-Pauschale. Die dort gekauften Plentycoins stehen allerdings dann auch unmittelbar zur Verfügung. Der Prozess sieht dann also so aus. Wir haben uns jetzt gerade mal angeschaut, wie kann man jetzt den Plentycoins beziehen. Das ist sicherlich jetzt gerade hier der Schnelldurchlauf, aber dass man es einmal gesehen hat, wir können dann diese Plentycoins im Rahmen des Solar-Webshops einbuchen und dort gegen Aktivierungscodes einlösen. Diese Aktivierungscodes werden dann in das Gerät, wie gehabt, gebracht, entweder über den Webserver, das Gerätedisplay oder dann eben über die App. Zusammengefasst, also Plentycoin und digitaler Plentycoin, also Plentycoin als Karte und digitaler Plentycoin werden über den Großhandel erworben, entweder über Einzelstückzahlen bei der Karte oder mindestens 10 in der digitalen Version. Eingebucht wird das Ganze dann hier manuell oder eben automatisch. Ja, und eben für den Notfall noch die Möglichkeit, das auch im Sofortkauf zu beziehen. Was haben wir jetzt für Vorteile damit? Ja, wir werden gleich sehen, dass wir mit drei Produkten 27 Anwendungsfälle damit gestalten können. Dadurch eben eine deutliche Reduzierung an Hardware-Varianten, was auch das Thema Lagerhaltung natürlich sowohl im Handel als auch beim Installateur deutlich vereinfacht. Wir haben viel weniger Transportemissionen, weil wir nicht irgendwie für jede Variante und Leistungsklasse eine entsprechende Palette bereitstellen müssen, sondern wir können das alles auf einer Palette transportieren und auch einlagern. Der Schuhungsaufwand ist deutlich geringer, denn egal, ob das Gerät jetzt als reiner Solarwechselrichter oder vielleicht als Hybridwechselrichter installiert werden soll, der Aufwand ist immer der gleiche und das Prozedere ist immer das gleiche. Auch ein schönes Thema ist das Thema homogene Optik. Das heißt, wenn wir mehrere Wechselrichter haben, sieht es immer optisch identisch aus, was auch dann ein netter Nebeneffekt ist. Und vielleicht aktuell nicht so der größte Punkt, allerdings werden auch vielleicht diese Zeiten wieder kommen, wo die Verfügbarkeit vielleicht etwas wieder angespannter ist, dann haben wir hier eine Möglichkeit, eben mit diesen drei Geräten deutlich bessere Verfügbarkeit zu gewährleisten. Ja, am Ende wird das sehen, werden Sie auch sehen, dass das eine maximale Flexibilität bei der Installation bedeutet und somit ist gerade der PlentyCore in Kombination mit dem PlentyCore die Lösung für den professionellen Fachhandwerker. Ja, das war es im Prinzip erstmal zum Coin für alle Fälle. Das heißt, erwerben, einbuchen, einlösen ist eigentlich in wenigen Schritten gemacht. Wie das genau funktioniert, gucken wir uns jetzt gleich aber auch nochmal in der App an. Ein Hinweis noch, aktuell gibt es noch bis Ende des Monats Mai eine Aktion, das heißt, für jede aktivierte Batteriefunktion bekommen Sie ein PlentyCore auf Ihr Firmenkonto wieder gutgeschrieben. Die Aktion läuft bereits seit Mitte Dezember, wurde nochmal im März verlängert, läuft jetzt zum Ende des Monats aus. Das heißt, alle Aktivierungen, die bis dato gemacht worden sind, haben ein PlentyCore schon zur Folge gehabt. Die ersten Chargen sind auch schon gutgeschrieben worden. Alles, was jetzt bis Ende Mai noch läuft, wird dann im Juni gutgeschrieben. So, weitere Informationen zu dieser Aktion kann man sich noch hier herunterladen, aber das soll es jetzt erstmal zum PlentyCore sein, denn ich denke, mit dem PlentyCore G3 haben wir jetzt wirklich ein echtes Highlight. Das ist der weltweit erste Solar-Hybrid- und Batterie-Wechselrichter, der individuelle Leistungs-Upgrades ermöglicht. Also der Original-Hybrid-Wechselrichter, jetzt neu gedacht. Kern der Geschichte ist, dass wir nur noch drei Gräteklassen haben werden. Und zwar wird es dem PlentyCore G3 in den Ausbaustufen S, M und L geben. Diese Ausbaustufen werden dann mit einer Basisleistung ausgestattet. Wir starten jetzt mit der L-Variante, die gerade schon in die Auslieferungen gehen. Dort hat das L-Gerät 15 kW in seiner Basisausführung. Diese 15 kW Leistungsstufe kann dann mittels eines PlentyCoins auf 17,5 oder mit zwei PlentyCoins oder danach noch einem weiteren auch auf 20 erweitert werden. Vorteil hier ist, wie gesagt, dass wir nur noch drei Hardwareklassen haben. Und bei der M-Variante haben wir die Möglichkeit von 8,5 auf 10 oder 12,5. Bei der S-Variante von 4 auf 5,5 oder 7 kW abzugeben. Das kann sofort natürlich bei der Erstinstallation gemacht werden. Es kann aber auch zu jedem beliebigen späteren Zeitpunkt gemacht werden. Also das heißt, wenn jemand jetzt sich ein Gerät installiert und später noch ein paar Module hinzubauen möchte, kann er das machen und kann ganz einfach, wenn er jetzt zum Beispiel nur ein 8,5 kW-Gerät aktuell hat, das Ganze dann auch noch entsprechend in seiner Leistung in zwei oder drei Jahren erhöhen. Das ist dann sozusagen das Ergebnis aus dieser Matrix. Wir haben dann den Solarwex-Richter in neun Leistungsklassen mit vollen drei MPP nutzbar. Wenn wir die Batteriefunktion hinzufügen, dann haben wir einen MPP-Tracker, den wir für die Batteriefunktion nutzen. Das heißt, das Gerät hat dann noch über zwei MPP-Tracker auch neun Leistungsstufen. Und der Plentycore G3 kann auch als reiner Batterie-Wechselrichter betrieben werden, sodass wir hier auch noch für AC-gekoppelte Lösungen eine Möglichkeit bieten, im Gewerbebereich oder für die Nachrüstung hier einen leistungsfähigen Wechselrichter zur Verfügung zu stellen. Damit haben wir also im Prinzip einmal die reine Basisfunktion des Plentycore G3 gesehen. Auch natürlich sehr interessant für das Thema Repowering, also Anlagen, die vielleicht jetzt kurz vor dem Auslaufen der Einspeisevergütung sind, können dann hier mit einem modernen Wechselrichter auf den aktuellen Stand gebracht werden. Das Ganze kann auch dann direkt oder auch später mit einem Leistungsmesser noch erweitert werden. Das heißt, ich kann dann schon mal dafür sensibilisieren, was ist denn eigentlich so mit dem Thema Eigenverbrauch möglich, welche Batterie würde sich vielleicht, welche Leistungsgröße der Batterie würde sich vielleicht anbieten. Auch hier das Thema Repowering sicherlich interessant. Dann hätten wir sofort in Kombination mit einer kompatiblen Batterie auch dann schon den neuen Standard. Also das heißt, das Thema erzeugen, überwachen, optimieren, speichern mit diesen drei Komponenten bereits möglich. Wer dann eine Wallbox vielleicht für das E-Auto oder für den Plug-in-Hybriden nutzen möchte, kann das natürlich auch noch gerne tun. Die Wallbox-Enector ist auch nach § 14a Energiewirtschaftsgesetz kompatibel einsetzbar. Das heißt, sie ist vom Netzbetreiber auch dimmbar. Dazu aber heute nicht mehr. Ja, und wenn es etwas mehr sein darf, Anlagen zum Beispiel bis 30 Kilowatt Peak oder auch darüber hinaus natürlich mit mehreren Plentycore realisierbar, dann immer in dieser schönen anthrazitfarmel-homogenen Optik machbar. So, was zeichnet denn jetzt unseren Plentycore G3 besonders aus? Zum einen haben wir es geschafft, in die gleiche Baugröße des bisherigen Plentycore nun die Leistung zu verdoppeln. Das heißt, wir werden hier bei 20 kW einen Hybrid-Wechselrichter anbieten können zu extrem kompakten Abmessungen. Die drei MPP-Tracker, die schon ab der 4 kW, also ab der Baugröße S, bereits verbaut sind, funktionieren schon ab 75 Volt. Das heißt also auch ganz kurzes Dringens mit lediglich drei Modulen sind hier bereits machbar. Hinzu kommt, dass wir das Thema Ladeströme beim Plentycore nochmal angepasst haben. Das heißt, Baugröße S hat 17 Ampere, aber M und L haben 30 Ampere Ladestrom. Somit haben wir hier auch nochmal deutlich größere Ladeleistungen und Entladeleistungen, die möglich sind. Ja, ansonsten das Thema digitale Produkterweiterung bleibt. Also einmal bezahlen, dauerhaft profitieren. Das ist kein Abo-Modell oder sowas. Und was jetzt wirklich sicherlich für viele auch interessant ist, ist, dass die G3 auch ersatzstrumpfähig und zwar auf allen drei Phasen ist. Nicht zu vergessen, ein Gerätedisplay ist auch immer noch dabei. Sicherlich einer der ganz wenigen Wechselrichter, die noch über ein Gerätedisplay verfügen. Außerdem haben wir die Möglichkeit, einen DC-Überspannenschutz Typ 2 in das Gerät optional nachzurüsten oder auch bei der Installation direkt. Das Ganze ist hier hinter dem Gehäusedeckel, wird das Ganze wie eine Art Kassette direkt eingesteckt und ist dann fertig installiert. Das heißt, man hat keinerlei Verkabelungs- oder Verdrahtungsaufwand. Das Ganze ist berührgeschützt. Und von unserer Schwestergesellschaft, der Kostzahl-Kontaktsysteme, mitentwickelt. Das heißt, das ist echt Kontakttechnik von den Profis. Und das Schöne ist, es gibt auch direkt, wenn das Modul installiert wird, eine entsprechende automatische Ausfallerkennung, inklusive einer Meldung über das Portal. Das heißt, im Falle eines Überspannungsmoments wird diese Nachricht abgesetzt und dieses Modul könnte dann in dem Zweifelsfall ausgetauscht werden. Ersatzstrom hatte ich eben schon gesagt. Was machen wir denn jetzt eigentlich anders als die Wettbewerber oder bisherigen Systeme, die man im Markt so bekommt? Das Ersatzstromsystem vom G3 Plentycore vereint die Vorteile eines Notstromsystems. Also das heißt, wird so einer einfachen Steckdose in der Nähe des Wechselrichters installiert mit dem Komfortgewinn eines Ersatzstromsystems. Wie machen wir das? Wir sehen hier schon den kleinen Schalter hier, diesen Backup-Switch. Dieser ist extrem preiswert und vor allen Dingen auch schnell zu installieren. Durch die manuelle Umschaltung auch zuverlässig in seiner Funktion sehr einfach zu bedienen, qualitativ hochwertig, auch natürlich ein Made-in-Germany-Produkt, belastbar bis 63 Ampere. Das heißt, der gesamte Haushalt kann über diesen Schalter laufen und der Schalter ist lediglich acht Teilungseinheiten bereit. Das heißt, meistens findet er sogar noch Platz in der Unterverteilung. Falls nicht, falls der Zählerschrank oder da keinen Platz mehr für hat, kann man das Ganze natürlich auch in einem separaten Kleinverteiler mit wenig Aufwand herausführen und hat dann eben die Möglichkeit, jetzt für die Techniker vielleicht mal, wenn wir hier von der Netzseite kommen, den Energieversorgerzähler haben, hier die Installation des Costal Smart-Meters oder auch Energy-Meters, der ja per ERAS 485 mit dem Wechselrichter verbunden ist. Hier wird jetzt dieser Backup-Switch installiert und hier habe ich die Möglichkeiten, Lasten aufzutrennen. Das heißt, alles, was an diesem linken Pfad hängt, ist im Falle eines Netzausfalls, wenn dann dieser Schalter umgelegt wird, kann der Wechselrichter wieder loslegen und kann alle Versorger, die an diesem Pfad hängen, auch versorgen. Bei kleineren Anlagen macht es vielleicht Sinn, große Verbraucher wie ein Durchlauferhitzer, eine Sauna oder auch eine Wallbox auch entsprechend herauszuführen, die dann im Fall der Fälle nicht versorgt wären. Gucken wir uns das Ganze mal in der Animation an. Also typischerweise sind die aktuellen Systeme so, dass meistens hier so ein separater Nutzstromausgang oder auch Ersatzstromausgang ist, der dann eben bis zu 10 kW belastbar ist. Der Nachteil hier ist allerdings, dass ja immer der Strom sozusagen durch den Wechselrichter durchgeführt wird, also im normalen Regelbetrieb und dann eben hier wieder herausgeführt wird. Das heißt, hier bin ich, was die Dimensionierung angeht, limitiert, wie viele Stromkreise ich denn hier wirklich anschließen kann. Und im Falle eines Ausfalls des Wechselrichters ist dann dieser Pfad natürlich auch nicht versorgt. Wenn jetzt wir dort einen Plentycore G3 installieren und hier an dieser Stelle diesen Backup-Switch, dann brauchen wir diesen separaten Ausgang nicht mehr und haben jetzt die Möglichkeit, sozusagen das Gerät direkt zu versorgen. Wenn jetzt ein Netzausfall stattfindet, dann haben wir hier eine sehr zuverlässige Trennmöglichkeit. Also die Wechselrichter müssen ja erstmal abschalten, weil ja an der Stelle in der 4105 ist das festgeschrieben, dass Verbraucher hier keine Spannung sozusagen auf den Netzanschluss geben dürfen. So, und dann wird dieser Schalter umgelegt. Der Wechselrichter bekommt entsprechend das Signal von dem Wechselrichter, von dem Schalter, dass hier die Trennung vollzogen ist. Und dann kann der Wechselrichter hier wieder anfangen zu arbeiten, kann die Batterie laden und kann alle Versorger, die an diesem Verbrauch hier hängen, versorgen. Ein großer Wechselrichter, sprich jetzt zum Beispiel die 20 kW-Variante, könnte mit Sicherheit das gesamte Haus versorgen mit einer entsprechend dimensionierten PV plus Batterie. Und der Vorteil ist, dass jede Steckdose, jeder Lichtschalter, aber auch so Antriebe wie Rollladenmotoren oder Torantriebe dann auch direkt funktionieren, ohne dass das Ganze umständlich neu verdrahtet werden muss. Das ist, somit eben bei der Installation extrem einfach zu machen. Und man muss uns ja nichts vormachen, so häufig kommt ja so ein Netzausfall nicht vor. Somit haben wir hier eine sehr kostengünstige Möglichkeit geschaffen, im Fall der Fälle, ich sage jetzt nochmal, operabel zu bleiben. Ja, außerdem besteht, wie gesagt, eben schon in einem anderen Schaubild die Möglichkeit, hier die Aufteilung vorzunehmen, wenn die Anlage was kleiner ist. Hatten wir eben schon in dem anderen Bild gesehen. Das ist die Option. Ansonsten, ich weiß ja, dass ich dann in einem Ersatzstrommodus mich befinde und kann dann auch mein Verhalten entsprechend etwas anpassen. Also vielleicht nicht den Gänsebraten im Ofen weiter kochen lassen. Genau. Wie leistungsfähig jetzt sowas ist, ist natürlich sehr abhängig von der Dimensionierung der Komponenten. Ich habe jetzt mal hier herausgehoben, was jetzt maximal zum Beispiel möglich ist, wenn wir uns ein Plentycore L-Gerät oder auch das M-Gerät nehmen, die 30 Ampere Ladestrom verfügen, dann haben wir hier zum Beispiel mit der BYD-HVS-Batterie die Möglichkeit, maximal 12,8 Kilowatt Ladeleistung oder Entladeleistung zu realisieren. Wenn wir in den HVM-Bereich dann schauen, sieht es hier, da ist immer ja die Batteriespannung mal den Ladestrom ergibt dann die Leistung. Das heißt, bei der 12-22-1 werden auch 12,2 Kilowatt Ladeleistung oder Entladeleistung möglich. Bei den entsprechenden kleineren Geräten S ist das Ganze dann maximal auf 7 Kilowatt limitiert, weil 7 Kilowatt ist die höchste Ausbaustufe und somit hat man hier dann entsprechend die Möglichkeit geschaffen, auch bei den kleineren Geräten ausreichend Ladeleistung zu realisieren. Im Notstromfall ist es folgendermaßen, dass egal, ob jetzt welche Leistungsklasse freigeschaltet ist, im Notstromfall würde das S-Gerät bis zu 7 kW Leistung zur Verfügung stellen, ein Drittel davon pro Phase. Also das ist die maximale Phasenbelastung, ist die Schieflast von 2,33 kW. Bei der M-Variante sind es dann die 4,16 und bei der L-Variante sind es sogar 6,66 kW pro Phase, die das Gerät dann zur Verfügung stellen kann. Also ein extrem performantes Gerät an der Stelle. Das ist jetzt hier das Beispiel mit der BYD-Batterie. Wir sind ja mit einer Vielzahl an Batterien kompatibel. Dort gibt es nochmal ein entsprechendes Dokumentationsblatt, technische Spezifikation mit Batterien und dort kann man dann nochmal die Leistungen, die möglich sind für jede Batterie, sich eben entsprechend auch anschauen. Das Ganze auch hier nochmal im Download mit verlinkt. Denn es gibt eine sehr große Auswahl, dass man flexibel und unabhängig bleibt bei der Installation. Das heißt, neben der eben gezeigten BYD-Batterie, die ja mit der HVM bis zu 22 kWh möglich macht, drei von diesen Batterietürmen können dann auch parallel betrieben werden. Das heißt, wir haben hier 66 kWh. Aber wir haben zum Beispiel mit Axitec und dem NextVata auch deutsche Firmen kompatibel, die dann entsprechend auch den Support bieten können. Und wenn es eine sehr flexible Installation sein soll, besitze ich zum Beispiel das Flex-System von LG Energy Solutions an. Dort haben wir eben die Möglichkeit, das Ganze als Standgerät oder auch als Wandmontage zu realisieren. Also je nachdem, was vor Ort für Möglichkeiten besteht. Ja, jetzt gucken wir uns natürlich nochmal an. Wir hatten es eben schon mal gesagt, wie funktioniert denn das jetzt eigentlich mit unserer App? Um diese ganzen Leistungsstufen und Batteriefunktionen auch zu aktivieren zu können, haben wir eine Möglichkeit geschaffen, innerhalb der Solar-App in einen Pro-Modus zu wechseln. Das heißt, das ist keine separate Software, sondern man nutzt ganz normal die Costal-Solar-App und kann diese dort dann in den Pro-Modus wechseln. Zum Beispiel ist es hier nochmal angezeigt. Man klickt hier oben in der Android-Version auf das Menü und kann dann hier auf blau klicken und bekommt dann den blauen Pro-Modus. Das funktioniert jedoch nur, wenn ich mich auch als Installateur in der App angemeldet habe. Das sind die gleichen Zugangsdaten wie für das Terminal. Wenn wir wissen, das ist ein Installateur-Konto, dann steht eben diese Funktion zur Verfügung. Für Endverbraucher, die haben hier nicht die Möglichkeit, in den Pro-Modus zu wechseln, die nutzen die Solar-App in erster Linie zur Visualisierung der Anlage, um das Ganze eben zu überwachen zu können. Wenn wir dann in diesem Pro-Modus sind, sehen wir hier vier Kacheln. Ja, einmal eben das Thema Plentycoins scannen und einzubuchen. Dann kann man diese dort eben auch einlösen, unter dem Schritt zwei. Wir können diese Aktivierungscodes dann abrufen und in der App zwischenspeichern, für die erste Inbetriebnahme zum Beispiel und auch hier aus dem Setup-Wizard starten. Das heißt, die Inbetriebnahme kann bei den Geräten natürlich durchs Display stattfinden oder ganz komfortabel dann eben über diesen Setup-Wizard. Schritt eins, gucken wir uns an. Also Plentycoins scannen und einbuchen. Relativ simpel. Bei der Erstnutzung wird dann gefragt, dass man die Kameranutzung muss man dann einmal zulassen. Das ist ein Standardprozedere, um die Berechtigung in der App klarzumachen. Dann haben wir die Möglichkeit, die Kamera auf den QR-Code auszurichten. Also wir erinnern uns nochmal, wir öffnen hier beim Plentycoin bei der Karte das Türchen, haben hier drunter den Code und dieser Code kann dann eingescannt werden. Man hat hier die Möglichkeit, auch direkt mehrere Karten kurz hintereinander zu scannen. Die würden dann hier so untereinander aufgelistet werden. Wenn man mit dem Scan-Vorgang fertig ist, klickt man dann hier auf Plentycoins einbuchen. Mit OK wird dann die Anzahl einmal bestätigt und damit kann man dann zurück zur Startseite und hat schon die Plentycoins in sein Konto eingebucht. Also das geht ganz einfach. Im zweiten Schritt, wenn ich dann entweder auf der Baustelle bin oder schon vorab die Aktivierungscodes beziehen möchte, besteht die Möglichkeit hier, auch über den zweiten Punkt, dann die Kamera zu nutzen und dort kann ich einmal entweder das Typenschild vom Plentycore, wenn der schon an der Wand hängt, zum Beispiel installieren oder dieser QR-Code ist auch auf dem Karton bereits außen vorgegeben. Das heißt, ich kann im Vorfeld bereits die Aktivierungscodes für das Gerät auch beziehen und abrufen. Ja, wenn man dann auf entsprechend gescannt hat und auf weiter klickt, er erkennt dann hier die entsprechende Seriennummer des Gerätes, wird das Ganze weitergegeben intern in die Webshop-Oberfläche und ich kann dann sehen, welche Produktaktivierung sind denn für dieses Gerät möglich. Also welche Leistungsupgrades kann ich machen und man kann dann hier noch entsprechend herunterscrollen und kann die Batteriefunktion zum Beispiel auswählen. Alles das, was ich benötige, wird dann ausgewählt und man muss dann lediglich hier diese zwei Checkboxen natürlich aktivieren und dort gibt es dann einen entsprechenden Hinweis auf das Widerrufsrecht und das Ganze kann dann hier eingelöst werden. Das heißt, es wird gezeigt, für die Funktion werden jetzt zwei Plentycoins benötigt und dementsprechend wird das dann vom Guthaben abgezogen. Wenn man das gemacht hat, wird noch hier, das ist nur noch aus einer Testanlage, Testsituation, stehen dann noch die entsprechenden verfügbaren Plentycoins. Also wer 995 Plentycoins mal im Guthaben hat, Chapeau, der hat dann einiges vor, finde ich gut. Ansonsten scrollt man dann wieder hier hoch und kann das Ganze dann hier entsprechend sich nochmal kurz anschauen, dass das bestätigt worden ist und dann diese Erfolgsmeldung sozusagen schließen. Zurück geht es dann hier zur Startseite. Das heißt, wir haben jetzt sozusagen die Einbuchung vorgenommen. Jetzt müssen wir diese Aktivierungscodes ja nur noch abrufen und das funktioniert hier über den Schritt drei. Aktivierungscodes werden abgerufen, indem man hier draufklickt. Dort wird dann entsprechend angezeigt, das Abrufen ist erfolgreich gewesen. Es kann natürlich sein, dass irgendwas auch fehlgeschlagen ist, zum Beispiel, ich habe gerade keine Internetverbindung oder es gibt überhaupt keine neuen Codes, die man abrufen kann. Wenn das dann stattgefunden hat, sind diese Codes sozusagen in der App auch schon hinterlegt und wenn wir jetzt zum Schritt vier übergehen und den Setup-Wizard starten, dann bekommen wir hier eine entsprechende Meldung, dass wir uns natürlich wieder mit dem Gerät verbinden, also G2- und G3-Geräte verfügen ja über eine WLAN-Funktion. Das heißt, wir können uns jetzt mit dem Gerät verbinden, klicken dazu den QR-Code auf den Display einmal kurz an. Wir verbinden uns dann mit dem WLAN. Er sagt natürlich, es gibt jetzt hier die Warnung vor einem Verbindungsverlust. Den muss man einmal kurz akzeptieren, weil wir natürlich gegebenenfalls in einem vorher anderen WLAN vielleicht verbunden waren. Dann wird hier mit dem Netzwerk des Wechselrichters sich einfach verbunden. Es gibt dann nochmal eine entsprechende Bestätigungsmetheung, dass man sich jetzt hier das mit dem WLAN des Wechselrichters verbunden hat und klickt dann eigentlich hier nur noch, also wir sind jetzt verbunden, klickt dann auf Einrichtung vorzunehmen. Hier sagt er noch die entsprechende Meldung, es ist noch nicht, die Einrichtung ist noch nicht abgeschlossen. Also wählen wir das Gerät aus. Damit er sich dann auch mit der Service-Ebene verbinden kann, muss jetzt einmal der QR-Code auf dem Typenschild gescannt werden. Dann geht es damit weiter. Hier wird er dann entsprechend einen Hinweis geben, dass das WLAN natürlich, welches mit dem Wechselrichter verbunden ist, keinen Internetzugang hat. Deswegen wollen wir weiterhin mit WLAN verbunden bleiben. Und hier muss jetzt einmalig der eben gezeigte Service-Code eingegeben werden. Wenn man das einmal gemacht hat, ist der Service-Code auch in der App sozusagen hinterlegt. Das heißt, bei jeder weiteren Installation brauche ich den gar nicht mehr eingeben. Aber der muss hier einmal eingegeben werden. Dann klickt man auf Weiter und dann wird er feststellen, es wird ein automatischer Geräte-Neustart, weil in der App die Aktivierungscodes gefunden worden sind für dieses Gerät. Die werden dann einmal installiert und das Gerät startet dann entsprechend neu. Das dauert so circa fünf Minuten. Und dann kann man diesen Setup-Wizard nochmal starten und sich mit dem Gerät wieder verbinden, sodass man dann eben, sobald das Gerätedisplay beim Wechselrichter wieder aktiv ist, kann man sich wieder verbinden und kann dann den eigentlichen Vorgang abschließen. Also dieser Neustart findet natürlich nur statt, wenn ich Aktivierungscodes beziehe, habe ich keine, dann würde der sofort weitermachen und dann kann ich entsprechend, ja, werde ich da Schritt für Schritt durchgeleitet. Das Ganze dauert dann zwei, drei Minuten, wenn überhaupt. Und weitere Batteriefunktionen müssen dann ja nicht mehr eingegeben werden, weil in dem Fall er schon anzeigt, nee, haben wir alles schon gemacht, das Leistungsupgrade ist gerade schon durchgeführt, die Batteriefunktion steht gerade, also es gibt keine weiteren Aktivierungscodes. Wird dann durchgeschleust und kann dann entsprechend die Einrichtung abschließen. Genau. Weil das jetzt ganz viel ist, haben wir natürlich dazu auch ein paar Factsheets bereitgestellt, wo man das Ganze sich auch nochmal in Ruhe nachlesen kann. Das heißt, wir haben mit der Sola-App im Pro-Modus ein Factsheet, wir haben zum Plenty-Coin-Factsheets, die man eben entsprechend sich auch nochmal, das sind immer so zwei Seiten, kann man sich wunderbar anschauen. Also, am Ende ist das natürlich unsere Empfehlung, bei einer Installation mit einem Plenty-Coin G3 und wenn jetzt keine weiteren Geräte hinzukommen oder eine Wallbox, dann auch mit einem kostengünstigen Kostzeit-Energy-Mieter, dann in Kombination sollte eigentlich, bei der G3 würde ich immer den Backup-Switch verbauen, wirklich für ganz kleines Geld, sofort die Möglichkeit, dass den gesamten Haushalt im Falle eines Falles auch mit Ersatzstrom zu versorgen. Wer allerdings weiterhin sagt, nee, das kommt so selten vor, das brauche ich nicht, der nimmt einfach weiterhin unseren aktuellen Plenty-Coin Plus, das ist ja ein Gerät, welches voll aktuell ist, es hat das gleiche Kommunikations-Board, es hat die gleichen Funktionen, lediglich das Thema Leistungs-Upgrade oder auch Ersatzstrom-Funktionen sind nicht mit dem Gerät möglich, ansonsten die ganzen Komfort-Funktionen, WLAN, zweifach LAN-Schnittstellen, vier digitale Ausgänge, all das hat dieses Gerät auch, auch die Möglichkeit, einen externen Übersprangschutz zu überwachen und man bekommt auch mit der G2 weiterhin ein top aktuelles Gerät, wir haben es noch kürzlich unter Beweis gestellt, das ist eines der effizientesten Systeme am Markt ist, wir haben zum siebten Mal in Folge bei der HTW, bei dem Effizienzleitfaden mitgemacht, sind dort ausgezeichnet worden mit AC-Systemen, DC-Systemen, einphasig und dreiphasig, also wir scheuen da keinen Vergleich und man bekommt hier ein absolut aktuelles Gerät. Das Ganze auch hier nochmal als Factsheet, als Versionsvergleich nochmal nachzulesen, was kann denn das Gerät, was kann das andere, kann man sich hier auch gerne nochmal in Ruhe dann anschauen, wie gesagt, sollte eigentlich für viele Fälle auch ausreichend sein. Also es gibt jede Menge Informationen von uns, auch in Zukunft, ich würde mich freuen, natürlich auch Sie bei uns auf dem Messestand, auf der Intersolar, jetzt im Juni zwischen dem 18. zwischen dem 19. und dem 21. Juni begrüßen zu dürfen. Wir sind in der Halle B3 130 zu finden. Katharina, bist du noch da? Hast du Fragen? Gibt es jetzt die Möglichkeit, auf jeden Fall Fragen zu stellen? Wir haben doch noch ein bisschen Zeit. Sehr gut, Dankeschön. Genau, ich bin noch da. Wir hatten schon zwei Fragen, aber ich möchte gerne alle nochmal ermutigen, Fragen zu stellen, wenn denn welche aufgekommen sind. Genau, dann würde ich auf jeden Fall mal starten. Die eine Frage, die wir hatten, war zum, zur App, zur Handy-App, und zwar kam da eine Frage, wann es möglich sein wird, Live-Daten anzuzeigen auf der Handy-App und ob das Entfernung ist. Genau, also Live-Daten sind heute schon möglich im lokalen Netzwerk in der Handy-App. Dazu muss man sich lediglich dann mit der, also man hat die Möglichkeit, im lokalen Netzwerk auf die Oberfläche des Wechselrichters oder auch des Kostelsrad Energy-Meters zuzugreifen und hat dann wirklich echte Live-Daten im lokalen Netzwerk. Wir sind an dem Thema dran, dass man auch aus dem Urlaub heraus sich Live-Daten anschauen kann, allerdings bekommt das aktuell nochmal einen neuen Futter aufgrund der Cyber-Security-Thematik, weil man halt vermeiden möchte, dass es als Einfallstor ja von außen ins heimische Netzwerk genutzt werden kann. Insofern muss da einiges beachtet werden. Wir sind an dem Thema dran, aber Live-Daten im Zuhause geht auf jeden Fall schon auch jetzt in der App. Super, Dankeschön. Dann kam noch eine Frage zum Thema Ersatzstrom. Ob im Ersatzstrom eine vollwertige Drehstromversorgung möglich ist und ob es da eine Phasenverschiebung gibt? Ja, also er macht ein richtiges Drehstromnetz, also es ist nicht dreimal eine Phase, sondern Drehstromverbraucher kann der Wechselrichter dann auch versorgen. Also theoretisch eine Wärmepumpe, die dreiphasig angeschlossen ist, würde auch funktionieren. Okay, jetzt kam gerade eben noch eine Frage rein. Kann der G3 auch die Erzeugung von anderen Kostellwechselrichtern die Batterie mit aufladen? Ja, das ist ein Punkt, der wird am Anfang auf jeden Fall noch nicht gehen. Hintergrund ist, der Wechselrichter würde, wird im Ersatzstromfall ein, von der Frequenz an etwas, ich glaube 51 oder 52 Herznetz aufbauen. Das ist dann außerhalb der Toleranz wie ein normaler Photovoltaik Wechselrichter zuschalten würde. Das heißt, wir bräuchten jetzt hier nochmal auch eine kommunikative Kopplung und es ist regelungstechnisch doch nochmal eine Herausforderung mit schwankender Erzeugung, schwankenden Verbraucherleistungen da ein stabiles Netz aufzubauen. Deswegen im ersten Step wird es erstmal dabei bleiben, dass wir den nur mit einem Wechselrichter ein Ersatzstromnetz aufbauen. Vielleicht noch ein Hinweis, da kommen ja auch immer die Ideen, da kann ich denn damit jetzt auch meine Berghütte betreiben oder auf meiner Insel ein Inselnetz bauen. Er baut ja im Prinzip ein Inselnetz auf, das ist richtig. Allerdings ist er natürlich nicht dafür ausgelegt, das dauerhaft zu machen. Das heißt, wir haben hier eine Begrenzung der Zeit, was wir in der Garantie abbilden können, von 5000 Stunden. Also 5000 Stunden kann das Gerät im Ersatzstromfall betrieben werden. Das sollte in den allermeisten Fällen mehr als genug sein. Dankeschön. So, es kamen noch zwei Fragen rein. Wann ist es möglich, eine Kaskade-Schaltung zweimal Wechselrichter und zweimal Batterie zu realisieren? Ja, auch dieses Thema ist weiterhin auf der Roadmap. Auch hier ist es regelungstechnisch schon eine Herausforderung. Wir haben uns jetzt erstmal darauf konzentriert, die G3 fertig zu machen und in den Markt zu bringen und dann werden wir uns dieses Thema auch nochmal annehmen. Aktuell bleibt es dabei, wenn wir mehrere Batterien verbauen wollen, dann würde das zum Beispiel bei der BWD-Batterie funktionieren, wo man dann gleich große Batterietürme parallel betreiben kann. Genau, und aufgrund der höheren Ladeleistungen jetzt damit dann eben auch nochmal etwas Druck da vom Kessel genommen haben. Bei der G2 waren wir bei 13 Ampere, jetzt sind wir bei 30 Ampere und da haben wir auch bei größeren Batterien ausreichend hohe Ladeleistungen. Dankeschön. Hier kam noch eine Frage rein, lassen sich die G2 und die G3 Versionen kombinieren? Die lassen sich kombinieren, genau, funktionieren beide parallel. Wie gesagt, G3 kann dann das Ersatzschirmnetz aufbauen, der G2 würde in dem Fall dann eben nicht zuschalten, aber ansonsten funktionieren die, sind die vollkommen kompatibel zueinander. Es ist auch das gleiche Kommunikationsbord, auch von der Oberfläche her wird man sehr große Parallelen feststellen. Dankeschön. So, dann kam noch eine Frage für mich. Ich hoffe, das ist für mich. Können wir das Schulungsvideo bekommen? Ich denke mal, das bezieht sich jetzt auf das Webinar, das Webinar wurde jetzt aufgezeichnet und wird in nächster Zeit auf YouTube, auf dem Kranich Academy Kanal online kommen. Das heißt, da kann man das dann nochmal nachschauen und dann vielleicht auch nochmal durchskippen bei den genaueren Details. Genau, an der Stelle möchte ich nochmal darauf hinweisen, bitte die Unterlagen, also die jetzige Präsentation herunterzulagen. Das geht, wenn man auf den roten Pfeil rechts klickt, das Bedienpanel öffnet und dann unter der Rubrik Unterlagen einfach mal die PDF runterlädt. Genau. So, ich glaube, es kamen keine Fragen mehr rein, dann würde ich sagen, Dankeschön, Kai, für die tolle Präsentation und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal bei Kranich Solar Webinar. Tschüss. Tschüss. Ihr wollt immer up to date bleiben? Dann klickt jetzt auf den Link in der Videobeschreibung und abonniert unseren Kranich WhatsApp Kanal.